Die Wachablösung der Königlichen Garde in London ist stets ein Anziehungspunkt für Schaulustige. Lass sie ans Teleskop. Hier. Vor der berühmten Kulisse des Towers spielt der neue Kriminalfilm Das Verrätertor nach einem Originalroman von Edgar Wallace. Und das hier ist der Wegfeldtower, auch Juwelentower genannt. Modernste Alarmvorrichtungen machen Ihnen heute einbruchsicher. Ich bin an den Sehenswürdigkeiten Londons interessiert. Draußen am Zeitungsstand sagte man mir, ich würde hier ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten finden. Ein merkwürdiger Zufall stellt einen harmlosen Touristen in den Mittelpunkt eines aufsehenderregenden Kriminalfalles. Wer steht hinter diesen geheimnisvollen Verbrechen? Wenn du nicht sofort aufhörst, mich mit deinen Fragen zu quälen, werde ich dich überhaupt nicht heiraten, verstehst du? Ehrenwort. Ich frage dich nie mehr. Kuss. Danke, mir ist das Ding zu krumm. Ich habe nichts zu bieten, was 25.000 Pfund wert sein kann. Sie sehen jemandem ähnlich und das ist viel wert. Um ein fantastisches Ziel zu erreichen, scheut eine Bande vor keiner Gewalttat zurück. John, was ist denn? In dem Film, das Verrätertor. Ein Unbekannter greift nach den Kronjuwelen. Ist er der Anstifter? Das ist ja ungeheuerlich. Warum sollte ich denn? Oder Sie. Sie wollen im Tower einbrechen. Das ist ja ein toller Apparat. Jeder, der den Plan gefährdet, wird gehetzt. Wie ein Hase. Sie... Sie werden doch keinen Brillenträger schlagen, ne? Diese Banditen sind hemmungslos. Wir sind soweit. Die Nacht der Entscheidung ist angebrochen. Kommen. Die moderne Technik im Dienst skrupelloser Verbrecher. Halt! Wer kommt da? Die Schlüssel. Wessen Schlüssel? Königin Elisabeths Schlüssel. Wer sind Sie? Drehen Sie sich um. Es ist unmöglich, von Edgar Wolles nicht gefesselt zu sein. Gelingt das perfekte Verbrechen? Die britische Krone ist in Gefahr. Wir trinken auf 25.000 Pfund. Verdammt! Hier spricht die Polizei. Helfen Sie mir! Es geht um das Leben vieler Menschen in dem spannungsgeladenen Edgar Wolles-Film Das Verrätertor. Erreicht ein Verbrecher sein wahnsinniges Ziel? Das erfahren Sie in diesem aufregenden Film. Aber beeilen Sie sich. Es ist eine Bombeantwort. Keine Aufregung. Ich kenne mich aus in solchen Dingen. Ich habe die Bombe entschärft. Ich habe das eine Bombe. Untertitelung des ZDF, 2020